Und ein herzliches Willkommen zurück, allerdings zum letzten Teil von Yoshi's Crafted World of Nintendo Switch. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich quasi hauptsächlich nur noch durchgerannt, weil wir einfach genügend Grinseblumen haben. Wir haben über 200 und immer mussten wir nur so 15 oder 20 Stück höchstens mal abgeben und das eher selten. Von daher habe ich gedacht, gut, lassen wir es sein. Was hat das hier zu sagen? Null. Einmal kostenlos, yay! Oh. Ein normales, häufiges. Absperrung. Okay. Immerhin zwei selten und ein normales. Was haben wir denn da? Eine Glühbirne. Ein Pinolino. Und rote Mülltonne. Sehr schön. Wunderbar. Eintrag. Sehr schön. Dann gehen wir mal so langsam Richtung Letzte Welt. Mal gucken, ob da auch noch einzelne Welten sind. Wenn ja, dann werden wir vielleicht auch noch einige Teile spielen, aber ich glaube nicht. Das ist, genau, ein großes Pappfi. Oh, ich bin sogar kaputt. 30! Uh. Haben wir ja immer noch 180. 183. 183. 183. 183. 183. Mir geht's blendend. Mal gucken, ob es mir auch noch gleich geht. Ich gehe auch sofort aus dem Weg. Und hopp. Ja, hopp, 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 hopp. Nicht nur hopp. Na, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Verstehe. Ah, und ich habe etwas Schimmerndes zu Boden fallen sehen. Gleich da hinten. Immer weiter geht. Tschüss. Tschüssberg geht auch drauf. Der Kerl im Blau ist gerade hier durchgebraust. Beeilung. Immer noch Schummerland. Oh, da bin ich immer gespannt. Gut, ich mache mal die Kamera weg. Ich nehme an, es gibt ein Video. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zumindest in der Cam. Wir sind immer noch hier. Los geht's. Boser Kampf. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Unser letzter Traumjuwel. Och. Natürlich bringen wir das komplette Ding mit. Also da ist ja Scherz selber blöd. Wir bringen natürlich alles Dreck in den Kästle hier. Vielen Dank für eure Mühe, meine allerliegsten Joshis. Endlich haben wir alle Juwelen und alle Träume seiner Habgierigkeit werden wahr. Ah, und es war all unsere Mühe wert. Endlich. Los, mach schnell. Ich will, dass mein Traum wahr wird. So sei es. Eure Überschwenklichkeit nur zu. Was ist euer Traum? Okay. Ich will den größten, bösesten, coolsten Roboter. Okay. Ich will den größten, böschen, 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 böschen. Ich will den größten, böschen, 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 böschen. Okay, schauen wir mal, was wir machen müssen. Miep, miep. Hm. Ich müsste jetzt nur wissen, was ich machen muss. Okay, ich hätte vielleicht nicht alle Eier rausschmeißen sollen. Aha. Okay. Okay, jetzt kommt sowas. Die quietschen bestimmt. Wie geil. Die quietschen, böschen, böschen, böschen. Ich habe keine Eier mehr. Scheiße. Da habe ich erst nicht aufgepasst. Okay. Funktioniert aber. Es wird einem trotzdem ermöglicht. Oh, andere Richter auch noch. Aber ja, ist doch ein cooler Roboter auf jeden Fall. Ich habe schon wieder keine Eier mehr. Ich habe es schon geschafft. Oh, da ist ein Traum wieder zu Ende. Ups. Was hast du seine Hartherzigkeit angetan? Keine Sorge, ich helfe euch, eure Hilflosigkeit. Traum sonne gibt, sag ich nicht, wer die Draum대 weise hat. Traumsonne gibt es eine umgekehrt noch mehr Kraft. Okay. Oh, ich habe es wohl übertrieben. Alles klar, es geht also noch weiter. Okay Mega baby bowser Das hatten die 999 Uiuiui, das wird jetzt aber ganz schön groß Schon wieder ein großer Hammer Aua Okay Hä? Ich kann jetzt auf den Knopf drücken Was mache ich da? Achso, das sind seine Lebenspunkte quasi Ja wohl! okay komm herr baby boss ich hab noch so ein hammer da wurden baby boss wohl ein bisschen wütend wie geil die lassen sich mal was einfallen das war jetzt wieder doch Oh, was haben wir denn jetzt da? Was haben wir da jetzt für's Dinger, ey? Ach komm. Der hüpft aber auch laschig grad. Dass ich doch einmal draufgehe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, nochmal von hier aus. Die Feuerbälle sehen ja schon irgendwie cool aus. Siehst du, ich hatte mal gedacht, diese kleinen roten Felder, das wären lauer Felder. Das geht aber auch grad so hier. Bin ich da. Eigentlich muss man nur hier in der Mitte stehen bleiben. Oh, schon wieder was anderes. Okay, man kann die Sachen also auch aufheben, so gesehen. Damit man so gesehen mehr im Fach was machen kann. Das bauen wir den auch mal mit so Bleistiften. Mal schauen, wie er da reagiert. Okay. Guck mal, da hab ich jetzt ja noch eins. So. Bin ich da? Haha. Okay, hilf dahin. Geht zurück mit dir. Okay. Oh. Hat doch ganz gut funktioniert hier. Nach ein lächerlichem blöden Tod. Aber egal. Da bin ich ja dann. Hahaha. Los, Yoshis. Wie kannst du das wagen? seine hoch was hochtigkeit so etwas anzutun das wird nicht ungesünd bleiben aber es war schon echt cool und so bekamen die ja schließlich ihre traumsonne zurück zusammen träumten sie dass sie zu ihrer insel zurückkehrten und so weiter 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 ab nach nimmerland also gut alle wieder zurück und so weiter 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 danke fürs spielen danke fürs schöne spiel nintendo wunderbar sehr schöne spiel nintendo und gut viel also autos auf sich software for the purpose of copyright kanal aus per per se als reserve ich kann so gut englisch ja danke fürs spiel wie gesagt und dann ich wiederum sagt danke an nintendo und gut viel für dieses tolle spiel ja das hat spaß gemacht war klasse und das ja jetzt habt ihr gesehen wie es der ende geht auf jeden fall es war ein tolles spiel ich habe natürlich ab der hälfte ungefähr bin ich durchgerannt weil ich hatte einfach genügend so ein blumen ich wollte euch das nicht mehr antun dass ich da jede welt 50 mal zeige nur um alle blumen zu finden und zu kriegen das dürfte dann selber machen damit wenigstens auch noch was zu tun hat und ja auch die ganzen schnuff ist die habe ich dann gar nicht mehr gefangen die dürfte dann selber suchen hat übrigens auch ein bisschen herausforderung noch lohnt sich auf jeden fall das spiel zu kaufen ist es süßes tolles nettes tolle spiel und ja wie gesagt danke nintendo danke euch zuschauern ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr habt alle teile geguckt ich hoffe ihr habt jeden teil daumen nach oben gegeben und ich hoffe es hat meine abonnenten und bleibt es auch auch wenn dieses spiel jetzt zu ende ist kommen noch andere tolle gameplays hoffe ich doch zumindest wenn nicht habe ich ja noch ein paar die ihr gucken könnt ansonsten wünsche ich euch viel spaß bei mir auf der kanal seite und wie gesagt danke fürs zuschauen vergesst das daumen und däumchen oben nicht und das war joshis crafted world von anfang bis ende mit mir von der gemniss als hobby tschüss